Kapitel 9.6 Die Weisheit hinter der Unfähigkeit, Allah zu sehen Könnte man Allah in diesem Leben sehen, so wären die Prüfungen dieses Lebens ohne Sinn. Was dieses Leben zu einer richtigen Prüfung macht, ist die Tatsache, dass wir verpflichtet sind, an Allah zu glauben, ohne ihn gesehen zu haben. Wäre es möglich, Allah zu sehen, würde jeder an ihn und an die Lehren aller Propheten glauben. Die Menschen würden schließlich wie Engel werden, und zwar mit vollständigem Gehorsam zu Allah. Da Allah den Menschen höher gestellt hat als die Engel, die an Allah glauben, ohne dass sie eine andere Möglichkeit haben, muss die Wahl des Menschen zwischen Glauben und Unglauben in einer Situation stattfinden, in der die Existenz Allahs angezweifelt werden kann. Daher ist Allah vor der Menschheit verborgen, und dies wird bis zum jüngsten Gericht anhalten.